Deutschland startet jetzt auch in die Europameisterschaft. Grund genug, mal auf Gruppe F zu blicken. Mit dabei Titelverteidiger Portugal, Weltmeister Frankreich und dazu Ungarn. Jetzt mehr ehrlich, das ist ne Todesgruppe. In der Vorschau nehmen wir alle Teilnehmer unter die Lupe. Die große Frage ist, kann sich Deutschland durchbeißen oder scheidet man sang- und klanglos aus? Also, wir haben einiges zu besprechen. Los geht's. Leute, markiert es schon mal in eurem Kalender. Zu jedem Deutschlandspiel gibt's am Tag danach eine ausführliche Analyse. Das Geile daran ist, ich kann euch Spielszenen zeigen. Also, die Highlights. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Mehr Infos dazu findet ihr im Community-Tab. So, und jetzt starten wir mal mit der Vorschau auf Gruppe F. Portugal geht als Titelverteidiger ins Turnier. Das Ziel ist, die Trophäe wieder in den Händen halten zu können. Ne Statistik zeigt, die Chancen stehen relativ gut. Bis jetzt hat sie Celestão immer geschafft, in die K.o.-Phase zu kommen, siebenmal, um genau zu sein. Die Qualität im Kader ist gewaltig. Ein guter Mix aus Jung und Alt. Talente wie Jean-Felix sind mit dabei. Oder auch Stars wie Jean-Moutinho. Blicken wir deshalb direkt mal auf die mögliche Formation. Ein 4-2-3-1. Die Handschrift von Trainer Fernando Santos ist typischer Ergebnis-Fußball. Er meinte mal, wichtiger ist es zu gewinnen, als künstlerisch zu überzeugen. Defensiv sicher stehen, den Ball gewinnen und dann schnell nach vorne treiben. Sieht nicht so besonders attraktiv aus, aber ist halt extrem effektiv. Ne große Stärke von Portugal sind da die Außenverteidiger. Links Rafael Guerreiro und rechts aushilfsweise Nelson Semido. Sie sind spielstark, reaktionsschnell. Beide ziehen auch mal ins Zentrum, um dort zu helfen. Also, sie können die Fäden ziehen. Dazu ist der Offensivdrang von Guerreiro gewaltig. Er strahlt ne große Gefahr aus. Er ist mein geheimer Spielmacher. Bei Portugal gibt's ne weitere große Stärke. Und das ist der Teamgeist. Die Chemie im Kader soll bombastisch sein, quasi ne Wohlfühloase. Die Alsters sind nicht sauer, sollten sie mal auf der Bank sitzen. Nee, ganz im Gegenteil. Torce Fonte, schon 37 Jahre alt, gibt viele Tipps und motiviert. Als Charakter soll er total wichtig sein. Und Pepe, 38 Jahre alt, hat zwar ne harte Schale, aber nen weichen Kern. Auf dem Platz ist er der Bösewicht, aber im Privaten soll er einer der nettesten Typen überhaupt sein. Sportlich sind sie zwar nicht mehr die Wichtigsten, aber trotzdem sind sie mit dabei und das ergibt total viel Sinn. Der Star ist natürlich Cristiano Ronaldo. Als Kapitän geht er voran und CR7 hält auch einige Rekorde. 21 EM-Spiele hat er bis jetzt bestritten, mehr als jeder andere. Und insgesamt neun Tore sind auf seinem Konto. Bei jeder EM konnte Ronaldo bis jetzt einnetzen. Mal schauen, ob's weitergeht. Auch sein Charakter wird von den Kollegen gelobt. Er zeigt eben keine Star-Allüren, sondern hilft, wo er nur kann. Erinnert euch alleine mal an das EM-Finale 2016. Früh musste Ronaldo wegen einer Verletzung raus, aber an der Seitenlinie peitschte er die Jungs nach vorne. Und am Ende gewann die Seleção gegen Frankreich 1 zu 0 nach Verlängerung. Ne tolle Teamleistung. CR7 ist auch jetzt top motiviert. Portugal hat sich in den letzten Jahren echt entwickelt. Früher war Cristiano Ronaldo der einzige Star und dann kam lange nix. Jetzt ist der Kader aber richtig stark. Technisch überragende Spieler sind mit dabei und auf gar keinen Fall darf man die unterschätzen. Ungarn ist der große Außenseiter. Und der Vorteil ist, man hat nix zu verlieren. Über die Playoffs haben sie sich erst qualifiziert, sprich über den Umweg. So ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Für sie ist es quasi ne Heimeuropameisterschaft. Zwei Gruppenspiele finden nämlich in Budapest statt. Besonders daran ist, das Stadion wird randvoll sein. 67.000 Fans dürfen rein. Zwei Gründe gibt's dafür anscheinend. Erstens, ne gute Impfstrategie. Und zweitens, die Politik. Tja, wenn die Fans die Nationalhymne singen, wird's Gänsehaut geben. Dieser Hexenkessel kann den Spielern helfen. Also Kräfte freisetzen. Blicken wir deshalb direkt mal auf die potenzielle Startformation. Ein 3-5-2 erwarte ich da. Logisch, der Fokus liegt komplett auf der Defensive. Ne klare Struktur ist zu sehen und Kompaktheit ist wichtig. Der Gegner soll sich die Zähne ausbeißen. Auf ein Talent sollte man da ganz besonders achten. Und zwar Attila Scholloi. Groß und schlagsig ist er. In Zweikämpfen vermeidet er unnötige Grätschen. Dazu hilft ihm sein guter Antritt bzw. das Tempo. Bälle kann er so leichter abfangen und ablaufen. Topklubs sollen ihn auch schon auf dem Zettel haben. Also, dieses Abwehrbollwerk zu überwinden wird total schwer. Aber klar ist, ne gute Defensive alleine reicht nicht, um da jetzt in dieser Gruppe weiterzukommen. Die Offensive ist da ein riesengroßes Problem. Das Ziel ist, schnell umzuschalten und mit Tempo vors Tor zu kommen. Das klappt halt nur relativ selten. Acht Tore hat Ungarn in der Quali-Gruppe erzielt. Viel zu wenig. Richtig weh tut da insbesondere ein Ausfall. Dominik Schoboschley ist verletzt. Die Adduktoren machen Probleme. Er gilt als bester Spieler dieser Generation. Insbesondere seine Schusstechnik ist stark. In sehr vielen Momenten wird das fehlen. Zum Beispiel bei Standards. Er hat die meisten getreten. Per Ecke und Freistoß war Ungarn zuletzt am gefährlichsten. In der EM-Quali war Verteidiger. Willi Orban, der Top-Torschütze, dreimal netzt er ein. Jedes Mal nach einer Standardsituation. Ihr merkt, für Ungarn wird diese Gruppe quasi eine unlösbare Aufgabe. Trotzdem sind sie selbstbewusst. Die weiße Fahne will man auf gar keinen Fall schwenken. Und ja, über Ungarn können auch Top-Nationen stolpern. Denkt mal an die letzte Europameisterschaft. In der Vorrunde ging's gegen Portugal. 3 zu 3 der Endstand. Und kurios war, dreimal gingen die Ungarn in Führung. Dazu trafen sie den Innenpfosten. Also hätten sie diese Führung über die Zeit gebracht, wäre Portugal in der Gruppe rausgeflogen. Und wir hätten jetzt einen anderen Europameister. Gut möglich, dass Ungarn also wieder der Stolperstein sein wird. Ich finde, im Vergleich zu 2016 ist die fußballerische Qualität im Kader größer. Und trotzdem mache ich meinen Sicherheitstipp. Wenn alles normal läuft, fliegt Ungarn raus und landet auf Platz 4. Kommen wir jetzt mal zu Frankreich. Keine Frage, wer die Trophäe haben will, muss an der Équipe Tricolore vorbei. Die Qualität im Kader ist gewaltig. Egal ob Antoine Griezmann, ob Ousmane Dembélé oder Kylian Mbappé, ich könnt ewig so weiterzählen. Das sind hochtalentierte Spieler, und die muss man halt zu einer Einheit formen. Trainer Didier Deschamps steht für den Erfolg. Er ist der längste französische Nationaltrainer aller Zeiten. Und jetzt könnte er sogar einen Rekord aufstellen. Noch nie ist jemand als Stammspieler, also Fußballer und Trainer, jeweils Welt- und Europameister geworden. Schauen wir uns deshalb mal die mögliche Startformation an. Ein 4-2-3-1. Frankreich hat zuletzt viel ausprobiert. Eine Dreierkette, ein Doppelsturm, auch hier ist man Variable und kann umstellen. Das Besondere ist, Deschamps hat's geschafft, die Rollen den Spielern schmackhaft zu machen. Sie haben Bock da zu spielen, deshalb ist es egal, wo sie auf dem Platz stehen. Und das Ziel ist, dass sich jeder Spieler entfalten kann. Keiner wird in ein taktisches Korsett gequetscht, in dem man funktionieren muss. Nee, auf die individuellen Stärken wird geachtet. N'Golo Kante ist im Mittelfeld der Schlüssel. Sein Stil ist echt was Besonderes. Er antizipiert gut. Das heißt, er ahnt, was als nächstes passiert, beziehungsweise kann mehrere Spielzüge vorausblicken. So fängt er dann auch die meisten Bälle ab. Auch am Ball ist Kante überragend. Mit wenig Körpereinsatz setzt er sich da in den Zweikämpfen durch. Er bewegt sich sehr smart und filigran, und so schüttelt er dann auch den Gegner ab. Ihn in den Griff zu bekommen, wird total schwer. Ne Schwäche von Frankreich zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Aber auffällig war, die Offensive hatte zuletzt etwas Ladehemmung. Viele Spiele gingen sehr eng aus. 1 zu 1 gegen die Ukraine, 1 zu 0 gegen Bosnien. Die Equipe Tricolor ist bei weitem nicht unverwundbar. Trotzdem finde ich, der Kader ist stärker als beim WM-Titel. Das letzte fehlende Puzzlestück wurde hinzugefügt. Ein Top-Torjäger. Karim Benzema feiert nach 5,5 Jahren sein Comeback. Er ist ein Knipser, sportlich kann das enorm helfen. Für Real Madrid traf er 30 Mal in dieser Saison. Frankreich macht das vor allem variabler. In der Offensive gibt's mehr Möglichkeiten. Variante eins, Karim Benzema. Torgefahrstrahlter, wie gesagt, im Strafraum aus. Gegen tiefstehende Gegner kann er den Ball noch festmachen und so helfen. Oder Variante zwei, Olivier Giroud. Er ackert viel, macht weite Wege und reißt für die Kollegen Lücken auf. Tja, es ist halt einfach eine Stilfrage, wer am Ende spielen wird. Logisch, für mich ist Frankreich der Top-Favorit. Um sie zu schlagen, muss diese Knaller-Offensive irgendwie gestoppt werden. Und das ist leichter gesagt als getan. Zu guter Letzt haben wir dann noch Deutschland. Ja, wo soll ich anfangen? Bundestrainer Jogi Löw feiert seinen Abschied. Es wird das Ende einer Ära. Den wohl bestmöglichen Kader hat er deshalb nominiert, inklusive Rückholaktion. Thomas Müller ist der Raumdeuter. Offensiv findet er eigentlich immer irgendwo eine Lücke. Und auch defensiv ist er total wichtig. Er ist lautstark, redet viel. Und so koordiniert er beispielsweise das Pressing. Er gibt die Anweisung, wann der Gegner unter Druck gesetzt wird. In den letzten Tests klappte das schon gut. Müller ist deshalb meiner Meinung nach unverzichtbar. Mats Hummels wiederum sorgt dann weiter hinten für die Stabilität. Auch er ist laut und gibt Anweisungen. Er achtet insbesondere darauf, dass die Abstände zwischen den Ketten nicht zu groß werden. Der Fokus in der Vorrunde liegt wohl eher auf dem Verteidigen und Sicherstehen. Der Gegner soll früh gestört werden. Beide sind da für das Gerüst enorm wichtig. Blicken wir deshalb mal auf die mögliche Startformationen. Ein 3-4-2-1 wurde zuletzt gespielt. Und der große Vorteil ist, keiner weiß, wie Deutschland spielt. Sehr viel wurde zuletzt ausprobiert. Aber der Nachteil ist halt, keiner weiß, wie Deutschland spielt, denn nichts klappte zuletzt so richtig. Oft stürzte das Kartenhaus in sich zusammen. 0-6 in Spanien, 1-2 gegen Nordmazedonien. Kein System beherrscht das DFB-Team wirklich perfekt. Die größte Baustelle ist hier der Rechtsverteidiger. Da klafft ein riesengroßes Loch. Die Lösung? Joshua Kimmich muss wahrscheinlich aushelfen. Mit seiner Spielintelligenz könnte er gegen Frankreich vor allem Kylian Mbappé in den Griff bekommen. Also ihm traucht es am ehesten zu. Die Sache ist, Kimmich ist halt auch im defensiven Mittelfeld-Weltklasse. Und genau das ist halt das Dilemma. Wo soll man ihn aufstellen? Tja, mit einer Sache steht und fällt wahrscheinlich der Erfolg. Und zwar der Chancenverwertung. Da war sehr lange Sand im Getriebe. Serge Gnabry hat dazu gesagt, im Training wird viel an den Abschlüssen gearbeitet. Im letzten Test gegen Lettland klappte es dann ganz gut. Jeder durfte mal ran. 7 zu 1 der Endstand. Klar, die Qualität des Gegners war mies. Aber so konnten die DFB-Jungs zumindest mal Selbstvertrauen tanken. Theoretisch sind viele gefährliche Spieler im Kader. Man muss halt mal eiskalt vor dem Kassen sein. Und ich denke, der Killer-Instinkt wird am Ende der Schlüssel zum Erfolg sein. Positiv ist, die Vorrunde findet in München statt. Das DFB-Team hat also einen kleinen Heimvorteil. Negativ ist, ja, der Spielplan. Sofort geht es gegen die Top-Nationen. Sollte der EM-Start schiefgehen, ist sofort Druck auf den Kessel. Das Ziel muss sein, mindestens vier Punkte zu holen. Dann sollte die K.O.-Phase möglich sein. Also, für uns heißt es jetzt erst mal, ja, Daumen drücken. Das war's jetzt also mit der Vorschau. Haut noch eure Tipps zu Gruppe F gerne in die Kommentare. Hier ist jetzt noch eine ausführliche Kaderanalyse zu Deutschland verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao. Bis dahin wünsche ich auch.